Armin, Armin, schau mich mal an, schau mich an, schau mich an, schau mich an, schau mich an. Was? Was bist du denn, Alter? Ich bin der XXPVP-Master. XX6PVP, ah, Mann, am Ende will ich mal die Piste. Aber über den Skin hatte ich auch mal. Digga, das ist der coolste Skin, den es geht immer. Nee, Mann. Ich hatte den aber mit so einem Creeper-Fell. Jungs, jetzt, jetzt, disst nicht meinen Minecraft-Skin, oder? Oder sonst fängst du dir eine. Boop boop! Ja, ey Leute! Wollen wir wieder in der Mitte so ne Basebomb? Ja, ja, lass mal. Komm! Ja, ist easy, oder? Hey, hey, yo, yo, ich dachte wir spielen Warlock, weiss nicht? Ja, okay, dann spielen wir Warlock, weiss nicht, ist mega. Mir egal, wir müssen. Ich will einfach nur, ähm, jetzt... Einfach gewinnen, Mann! Ich bin Leute, ich bin Leute, wir sind Leute! Bei uns, oder was? Bei mir, bei mir, ja! Bro, gehst du doch hin? Ja, ja, machen wir, machen wir! Lauf weg, läuf weg! Ich brenne, ich brenne! Stop it! Get some help! Ja, holt ihn, holt ihn, er rechnet! Ah, wie gut! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Nein, ich hab ihn nicht! Okay, gut, gut! Ey, das ist ein Blauer, das ist ein Blauer! Der ist easy kill, kommt! Kommt mit, kommt mit, kommt mit! Ah, fuck, jetzt hab ich geschossen! Aber der läuft gerade weg! Nee, da läuft er in die Mitte! Ich hätte gerade Angst um mein Leben, dass ich hier runterfalle! Digga, wo sind denn alle jetzt, außer... Ja, holt euch den Blauen, holt euch den Blauen! Oh, warte, 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 warte! Der ist aus meinem Jank geworden, keine Ahnung! Er läuft um sein Leben, er läuft schon um sein Leben! Oh! Oh! Du hast ihn gut gehittert, Armin, hinterher! Und er nimmt die Blauen Rush, er holt ihn so easy! Er holt ihn so easy! Er holt ihn so easy! Die sind beide low-light, und einer hat gar keine Ruhe! Okay, das ist ein Prostpanzer, aber... Hat er gerade einen Sinn! Er brennt! Ah, shit! Schau auf, wir lassen ihn in die Lava rein! Er läuft gerade voll in die Lava rein! Ja, hol den! Ja, hol den! Und sein Homie, guck mal, sein Homie, den wurde jetzt easy! Holt er jetzt so easy! Er hat nur ne... Ah, scheiße, Digga! Kosta! Schaffst du? Ich glaube, wieso sch... Ach, er hat keine Falle mehr! Der Bauch! Er ist wahrscheinlich durch sein Mate... Oh, schnell! Er darf nicht die Enderpellen bekommen, jetzt! Ja, komm, hol den! Ah, nee, das Kosta! Let's go! Oh, ich habe wieder kein Kompon! Er hat hier einen Schlag! Let's go! Oh, ganz ruhig, Kosta! Kosta in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte! Wieso hebt er nicht auf? Kosta in die Mitte! Ja, und ihr schafft nicht mehr nach Sekunden Job! Doch! Hab ich ja mal Combat gewohnt gerade! Habst du lost? Ja, zwei Sekunden, eine Sekunde vorbei! Jetzt kannst du nicht mehr aufmachen! Ach so! Ja! Was ist denn so ne Scheiße? Wer spielt denn Skywars für so ne Scheiße? Skywars! Ok, Kosta komm mit! Wo bist du? Ja, ich committe jetzt gleich... Kriegsverbrechen, als er aufgeht! Äh, ich habe Bridge Builder, komm! Ja, Jungs, also... Los, los, los! Los, los, los! Ihr müsst jetzt da rein! Ihr müsst jetzt da rein! Ok, der Grün ist gestorben! Ich glaub, es lebt nur noch ein Gelber, oder? Nee, es sind zwei! Kosta, komm! Fack doch! Aber geht zusammen aufstehen! Ja, Rush! Los, 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 los! Los, los! Hey, jetzt komm alleine, ja! Ich komm den Grün jetzt! Auf geht's! Ja! Double Penetration! Ja! Easy! Ja, chill, chill, chill! Jetzt looten, jetzt looten! Einer lebt noch! Einer lebt noch! Wo ist er? Ich kann ihn nicht! Ok, ganz ruhig! Er ist irgendwo oben in einem Baum! He! Aber er ist nicht in der Bait! Aber war der Kirche! Digga, mach die Eichhörchen-Strat! Machst du auch, oder? Wenn ihr jetzt in der Palletetet könnt ihr den jetzt... Ey, geht erstmal in Mystery Chest, Jungs! Wollen wir die mit zuerst holen, Kosta? Ja! Ah, scheiß drauf, Kosta! Aber ich will ihn jetzt holen! Kosta, komm! Geh, geh, Kosta! Wir holen ihn! Echt? Ernsthaft? Ja, ja, das war der Subtitel. Oh, das ist so wack! Egal, egal, easy wack! Ey! X, X, PvP-Player! X, X! Alter! Wir waren noch nie so gut! Aber du wirst jetzt... Du hast noch nie besseres PvP-ing gesehen als jetzt, okay? Mhm, okay, ich bin gespannt! Hinter dir ist noch ein Goldapfel, by the way! Ich scheiß auf den Goldapfel! Ja, okay, rein! Wow, was war das denn? Was? Hast du gesehen? Er hat sich rückwärts hoch gebaut und vor sich irgend so'n Shit! Hast du aber das schon mal gesehen? Ja? Ne, das mach ich öfter! Oh, Silberfisch! Was willst du? Was? Silberfisch! Auf dem Boden! Du! So! Wieso Brett und Brett? Ich bin vollkommen überfordert! Er schießt... Er schießt Pfeile durch die Lava, Kosta! Oh mein Gott! Was ist das für ein Trailer? Oh, oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Er Brett ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Oh mein Gott! Oh was? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ich hab TNT, gell? Wir könnten TNT Action Action machen! Warte! Jetzt schau zu! Jetzt schau zu! Du! Ich hab TNTack sachkig! »